hallo und herzlich willkommen ich bin der Mikado und ich spiele heute mal wieder GTA nach einer etwas kleinen kurzen langen Pause ach du scheiße denn es herrscht hier Krieg mit dem Donut mit dem Mikado bald beitritt wir sind gerade mitten im Krieg ach so du bist schon drin dann würde ich dich ein äh Freunde ah du Arschloch nicht du so ein anderer jetzt los hab ich plan gemacht ich hasse den ich kann nicht so gut machen okay du bist mitarbeiter das wird jetzt etwas spannender weil wir jetzt sorry ich brauche den Motorrad voll zugekommen äh du konntest mich verteidigen ich habe eine Waffe die sie die erinnern mich an die Game Maker von äh C.O.D. weiter hier herrscht das größte Chaos so was ach du scheiße Krieg ist es das ist Gott mein Motorrad das Motorraddeck gefunden hat das ist richtig krass ähm ich habe eine Waffe die sie die erinnern mich an die Game Maker von äh C.O.D. da hat die Zeit nicht die Polizei schon wieder gefunden Sonnenmann um das machen in den die da war er ist mein Papier um alles so geplant ist klar Ah, 25 ist der Stock. Wir sind die Pim Luba. Pim Luba. Ja, Assistentin hält der Maul. Ein paar Medikamente und so. Ich muss schnell essen gehen. Alles klar. Also ich, ja. Ich komme in 5 Minuten wieder. So schnell frisst du? Leute, ich glaube mir ist gerade ein Bug aufgefallen. Also mir geht es gerade beim Fressen. Und ich warte hier. Und ich glaube mir ist gerade ein Bug aufgefallen. Also wenn ich hier jetzt ganz normal gehe, ich drücke nur den Knüppel vor. Also ich bin auf der PS4. Ich drücke den Knüppel vor. Dann, ich gehe so ganz normal durch. Jetzt geht mein Ego. Und jetzt drücke ich auch nur den Knüppel vor. Und jetzt, wie schnell ich bin. Und jetzt, gehe ich wieder raus aus der Ego. So ist es in Wirklichkeit. Und so ist es wieder ein Ego. Warum bin ich ein Ego schneller? Das ist da einfach. Wie ein Ego. Schau mal, wie schnell ich bin. Ich mache hier, ich laufe hier um die Couch. Hier komplett rum. Hier wieder um die Couch. Und wieder mal dahinter. Hier kann ich mir was gönnen. Und ich schaue mal, wie lange das dauert. Warte, ich wende jetzt kurz her. Wie lange das dauert hier. Also wenn man so normal geht. Und dann ist es first person. Nee, third person, nicht first. Also, dritte Person halt. Third person. So, bis raus um. Das dauert ewig lang. Okay, ich habe jetzt eine Runde zu viel gemacht, aber trotzdem. Ego einfach viel schneller. Wenn ihr mehr wisst, schreibt es in die Kommentare. Also, ich glaube, ich sage es im Back ist, aber das ist halt komisch. Weil, hm. Also, ist mir gerade einfach aufgefallen beim Rennen. Und, ja, dann sehen wir uns gleich. Und die Kehle wiederkommen. Außer ich finde noch einen geilen Back, den ich euch zeige. Na ja, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder mit dem Kehle. Er war jetzt auch von dem Back und wir wollen jetzt schauen, ich gehe jetzt nicht, du gehst in Ego und gehst ganz normal bis zum Glastisch und ich gehe halt in third person. Okay? Drei, zwei, eins. Alles klar. Ich bin auch hier hinten. Du bist viel schneller und du läufst einfach. Egal. Wenn ihr mehr dazu wisst, in die Kommentare. Ähm, wir müssen das Büro verlassen, weil ich habe schon bestellt. Die Pimmelhuber. Oh ja, ja, ja. Übers Dach. Wir verlassen immer übers Dach. Zu Fuß über das Dach verlassen. Verlässt du das Dach? Ja. Ähm, wo sind die Pakete? Ich weiß es noch nicht. Okay. 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 Okay, ähm, ich, ich fahre mit dem Truck, okay? Fahr mit dem Truck. I believe I can fly. Sorry. Komm her, komm her, Stell dir nicht den Türk. Warte. Warte. Oh, jetzt können wir nicht schalten wieder. Was? Was hab ich da? Was ist das? Signalfackel. Was ist das? Das sind Facken. Ich hab Signalfackeln. Ich hab die einfach mal. Wie gehen die? Ich weiß auch, dass das so Fackeln sind. Das ist ein Dingsgebiet. Das ist, glaub ich, ein... Ähm... Die sind in uns, keine Ahnung. Warte, bleib mal stehen. Das ist wellig. Und dann auf. Okay. Okay, sammle die Pakete ein. Sammle ein Paket an. Hast du ein Paket? Ja, hab ich. Okay, steig hinten auf. Du darfst jetzt nicht mehr sterben. Schnell! Okay. Okay, die holen uns jetzt alle. Waffne die schon mal. Alter, es kommt nicht mehr. Warte, ich schau mal auf die Map. Jo. Ich glaub da... Hä? Das ist voll gut. Oh mein Gott, Ricardo. Es kommt keiner. Wir sind gleich da. Nee, der fährt zum Flugplatz. Der fährt zum Flugplatz. Okay. Alles klar, aber Autos hab ich ja volle kann übersehen. Fahr. Ach, du hast so scheiß Beschleunigung. Beschleunigung. Okay, nice. Das ist gut. Alter. Noch eine. Wir machen so Geld. Bist du... Wem bist du weg? Und bei mir... läufst du um den Pfosten. Was für ein Pfosten? Um so eine Laterne. Also um so eine Laterne. So eine Laterne! Was la... hä? Dein Auto ist auf einmal... mein Auto... Hä? Warum ist dein Auto... Wo bist du? Leute, da kommt ein Spieler! Da kommt ein Spieler! Ich bin tot. Ok, ich wurde... zusammengeschossen. Alter! Hä? Was? Junge, du bleibst mir die... Ist Rosso! Der Typ schon wieder. Wo bist du? Ich fahr mit deinem Auto. Hä? Nein, mein Auto steht hier. Du bist nicht da. Siehst du mich? Versuch mich mal zu töten. Ja, wo... Ah, dieser Arschloch! Schieß mich einfach ab! Alles klar daran, würde ich sagen. Versuch mich mal zu töten. Dann gehe ich nochmal neu in die... Sitzung. Ähm... Michele? Guck mal! Ich hab dich nur verarscht. Ähm... Ernst! Junge, der Charakter ist auf einmal aus meinem Auto gestiegen... und läuft vor mir weg! Echt? Der läuft vor mir weg! Alles auf Aufnahme! Auf der Sitzung und schreue nochmal rein! Dann komm, der läuft vor mir weg! Komm her, du Arsch! Ich schnappe den jetzt! Ich schnappe den jetzt! LOL! Er wurde einfach hochgedient! Das... Sollten wir uns nicht was schnelleres holen? Äh, nee! Das ist ein Supersportwagen! Ja, okay! Dann rufe ich mal den Lester Schuss an! Nee, das ist doch schon schnell genug! Schau mal, wie krass das abgeht! Äh, Alter! Noch besser als Zentrone voll abgetürnt! Okay! Okay, so you're in serious trouble! Und ich will meine Hilfe! Okay, okay! Alter, ist so ein Arschloch! Ich drifte hier und jetzt, ne? Wie man's halt in der Stadt macht! Ich meine, wenn du so in der Stadt rumfährst, dann driftest du natürlich auch, ne? Mitten in der Innenstadt! Dann driften halt alle Leute rum! Und der Typ, der rammt mich einfach weg beim Driften! Verkehrsfraudi! Wollen wir später Runners zocken, was zum Ton ist? Jo! Alter, schau mal, wie krass das Auto ist! Sogar ne Rolle gemacht! Müssen wir uns kaufen! Das Auto hat sogar ne Rolle gemacht, Alter! Da, 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 da! Okay! Den, wenn ich den wegsnipern kann! Der Sniper an! Ich sniper den weg! Passt! Alter, was geht mit den ab? Da ist ne Gang, da ist ne Gang! Die machen wir weg! Komm, lass aussteigen, lass aussteigen! Geh, Maker! Geh! Geh! Geh, Maker, Attacke! Ich hasse euch! Geh, Maker, Attacke! Ich mach dich rund! Geh, Maker, Attacke! Geh, Maker, Attacke! Geh, Maker, Attacke! Für die Pimmeloper! Au! Ich bin weg! Sie ham sich mit dem Fall schnappt! Was? Sie ist gestorben! Wie kann man denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, wir haben auch gestanden. Die haben dich mit der Polizei verbindet. Dein Gehalt wurde gekürzt. Warum wurde dein Gehalt gekürzt? Hey, ich will nicht weniger Gehalt haben. Ich bin nicht schuld, ich war nicht im Auto. Komm dich hinten drauf. Wo geht's hin? Nice. Schieß den Heli ab. So geht das nicht mit dem Heli ab. Du musst ja nochmal den flogen. Schieß schnell den Heli ab. Geht vom Computer weg? Das ist mein Computer. Alter, ich bin in dir drin. Ich bin gar nicht in deinem Computer. Ich bin eigentlich in meinem Handy drin. Du bist verarscht irgendwie da drin, Digga. Komm, okay. Jo, alles klar. Du willst jetzt aufpassen, das ist klar. Und jetzt alles. Jo, der hat... Jo, der wurde verarbeitet. Ja, das war gerade mein Methil-Intelligenz. Konfirmes. Alter, was macht der? Ja. Alles klar. Ja, der hat mich einfach weggedriftet. Da bin ich weggedriftet. Diese Taktik müssen wir alle noch lernen. Das weggriften. Alter, die christliche Rolle haben wir geweckt. Ja, also der ist richtig da hinten rumgepackt. So, Githianus. Githianus. Was bist du, du Schein? Githianus. Githianus. Du bist so schlecht. Was machst du? Glückhaft. Ich geh spielen. Spiele, spiele, spiele. Okay, wir müssen die Gegner holen. Wir müssen die Huren holen ausstrecken. Du findest mich niemals. Ich bin hier hinter der Scheiße. Wir müssen die Gegner ausschalten. Ach so, da kommen die. Ja, jetzt komme ich mit meiner Game-Age, Alter. Dann bitte rechnen die nicht. Boah, die sind richtig hardcore. Ich komme, ich komme, ich komme. Geht kein Risiko ein. Hab ich die jetzt getötet? Nein, da kommen noch welche. Die kommen weiter vor, geh weiter vor. Die kommen von der Seite. Boah, sind das hardcore viele. Er wurde von mir kastriert. Ich habe ihn direkt in die Eier geschossen. Du hast dich kastriert. Michele kastriert Männer. Ja, Alter. Also Leute, wenn ihr kastriert werden wollt, Michele hat dann ein extra Angebot, ein Sonderangebot. Stimmst du, Michele? Ich bin kein Schmuch. Aber nur bei Männern, weil Michele ist ein Schwuchtel und deswegen... Ich bin kein Schmuch. Wenn Frauen überhaupt kastriert werden. Nein, kein Sinn. Ich bin auch nicht so sicher. Okay, kommen da noch welche, oder was? Vielleicht lauert hier noch einer. Ja, da kommt noch einer. Da kommen noch voll viele. Achso, wir brauchen 18 Kills. Wir brauchen 18 Kills. 18 Kills brauchen wir. Ja, Zombie-Modus, ne? Zombie-Modus in GTA. Wow, schnitzeln die mich. Wow, sind das viele. Ich komme von der Seite. Ah! Ich komme von der Seite. Ich komme von der Seite. Jetzt gehe ich auch mit der Pump-Gun rein, der nächste kriegt... der nächste kriegt meine Kugel in den Arsch rein. Kann ich auch deine Kugel in den Arsch rein kriegen? Ich finde sie schön. Wo ist der? Du kriegst mich nicht! Oh, Mensch, der Mann. Schlecken wir in das Auto hier. Das sieht noch schön aus. Schau, was ich mit deinem schönen Fels mache. Entfrenne! Entfrenne! Ah! Boom! Okay, wir haben das alles geschafft. Ohne zu sterben. Ja, wir... Wir sind beide einmal gestorben. Warum verpiss dich? Niemand mag dich. Ach, Dominik. Nicht Dominik. Ich meine Dom, den Typen, von dir der... Ich meine Dominik. Komm, Miki, das spiel mir verstecken. Du findest mich niemals. Hab dich. Nee. Nein, du musst... Schau, schau. Du stellst dich jetzt... Hier hin. Machst die Augen zum Tilt bis 20. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Warum lass ich mich auf die Scheiße ein? Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 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 sechszehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ich hab dich. Mach dich. Ich will es mich niemals. Bin woanders. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's mit der heutigen Folge. Ähm, und... Schöne Ferien. Und, Miki, hast du noch was zu sagen? Ja, von mir auch schöne Ferien. Und, ciao. Ich wünsche mir das für heute. Bis phosphorus. Bis Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. net webbist problèmes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jeden Mal. Gesam驚isch. Bis zum nächsten Mal. Hopp. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018